Herzlich willkommen zu diesem Video über den Privatverkauf des Porsche Panamera 4. Vorweg, alle Angaben in diesem Video ohne Gewehr. Es handelt sich wie gesagt um den Porsche Panamera 4. Die genaue Bezeichnung wäre die Type 79 Variante GA22 Version 03. Baujahr ist Dezember 2012. Es besitzt noch eine gültige Porsche Approved Versicherung bis November. Diese Versicherung kann man beim Erwerb des Fahrzeugs auch dann noch erweitern beziehungsweise bis zu dem genannten Datum nutzen. Das Fahrzeug hat knapp 300 PS. Es befindet sich in einem schönen Zustand mit den typischen Abnutzungserscheinungen, die ein Fahrzeug im Laufe der Jahre wie üblich sammelt. Wenn jemand den Grund des Verkaufs wissen möchte wegen Familienzuwachs und dem Wunsch eines größeren Fahrzeuges. Damit Sie einen tollen und guten Vorab-Eindruck des Fahrzeuges bekommen und sich ein Bild über den Zustand des Fahrzeugs machen können, werde ich Ihnen nun einen kleinen Rundgang und so vielen Perspektiven wie möglich geben. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zusätzlich bekommt man Winterreifen, die so gut wie neu sind. Die Sommerreifen wurden dieses Jahr neu gekauft, alles in 20 Zoll Ausstattung. Die Winterreifen sind in schwarzer, also die Felgen in schwarzer Ausführung. Zusätzlich dazu gibt es noch die Original-Winterbereifung von Porsche mit 18 Zoll Reifen. Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis. Bitte nur ernst gemeinte Anfragen und Interessenten. Der Preis ist nur marginal verhandelbar. Bitte auch nur Anschriften, wo die finanzielle Situation geklärt ist.